Also, Ziele für diese Episode. CF ist ne Brenn. Bloodmagic-Ding fertig machen, das automatisch ist und Umbau. Thaumcraft dieses Warded Stone da. Ja, Thaumcraft erstmal Haupt, die weitermachen, das dauert noch ein bisschen. Ab einem bestimmten Punkt geht's schnell, aber bis man da ist, dauert das nicht weiter. Eben. Und was mach ich dann? Du machst das ja wie immer. Du kannst mir mit Bloodmagic helfen. Du kannst dein Blut donieren. Okay, also geh ich in den Nether und schau da mal ein bisschen Lage ab. Mach du mal. Und sterb nicht zu oft, ja? So, nehmen wir jetzt auf oder nicht? Ich nehm schon auf, seit er die Agenda angefangen hat. Achso. Hallo. Hi. Das ist überraschend. Eigentlich nicht. Anzählen ist überbewertet und viel zu mainstream. Wir kennen ja unseren Simon. Mhm. Unser Simon. Ich mein, wir können jederzeit anfangen. Sonst schneide ich halt den Anfang raus. Ja, wir haben doch schon angefangen, oder? Okay. Dann haben wir schon angefangen. Joa. Passt. Gut. Wo war jetzt da der Ritual? Die war einer. Metrostation, Blutalter. Geil. Ja. Ja. So, mal schauen. Das Ding hieß... Binding. Komme ich damit zurück? Nö. Also nochmal ganz durch... Frage. Funktioniert die Metro eigentlich schon, oder ist die noch umbringbar? Bringt die einen noch um? Die bringt einen, glaube ich, noch um. Hm? Also heißt die Metro jetzt? Ja. Ja. Die heißt Metro. Die hat er so genannt. Ritual of Binding. Okay. Jetzt brauche ich irgendeinen Meisterstein. Das scheint aber wirklich mittlerweile eine komplette Runde zu sein. Ich glaube, man überlebt das. Meister of Ritual of Stone. Okay. Bitte? Das scheint eine komplette Runde mittlerweile zu sein, was ihr gemacht habt. Okay. Ich würde es vorher mal ablaufen. Sehr gut, ja. Habe ich halt gerade schon. Achso, okay. Mal schauen. Für das Dingen brauche ich... Haha. Metro Station Produktion Ding. Ach, 16, 24. 24 Steine. Okay, das passt. Wir hatten hier doch irgendwo diese Ritualsteinchen. Wo waren die denn? Who knows? Metro Station Wohnviertel. Allgemein. Hat das ein Wohnviertel? Scheinbar. Ja, das ist da hinten, diese... Das soll ein Wohnviertel werden. Hatte sich noch irgendjemand Ritual of Stones genommen aus der Quest? Äh, ja. Ich glaube, ich weiß in welcher Kiste die liegen. Moment. Bei 16 davon habe ich. Aber ich meine, wir müssen irgendwie 32 davon haben. Die anderen habe ich in der Hand. Ah, okay. Die habe ich da aus der Kiste genommen. Hier oben da. Hier oben da. Okay. Gut. Dann haben wir das. Dann brauchen wir Obsidian. Müssten wir auch in ausreichenden Längen haben. Ach stimmt, wir haben schon angefangen, ne? Oder auch nicht, weil das Wasser fehlt. Wie sowas wolltest du jetzt machen? Ne, ne. Es ist nur, dass, ähm, mir fehlt das Anzählen wirklich. Ich habe jetzt immer nicht gerafft, dass wir wirklich aufnehmen. Soll ich extra für dich nochmal anzählen, damit du es realisieren kannst? Ich hab's doch jetzt. Mach ich doch gerne. Hab's doch jetzt. Wo ist eigentlich der Oxus Accumulator hin? Der steht immer noch oben auf dem Dach, glaub ich. Auf dem Dach? Von der einen Smaltery. Mäßig. Da oben irgendwo Stuffs and Things and Doves. Ach übrigens. Ich weiß gar nicht, ob ich's noch aufgenommen hab. Äh. Super Perlenarmband. Mit... Der Super Perlenarmbandigkeit. Deepfrog 4, oder was das war. Deepfrog 4, das ist schon geil, ja? Da kriegst du schön Falschheiten, wenn du ein Problem hast. Deswegen nutzt es hier nur, um aufs Sache zu kommen. Oh, wir kriegen mittlerweile auch Enderperlen im Mob... In der Mob-Farm. Jo. Nicht viele, aber ja. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ach übrigens, jetzt wo ich grad drüber nachdenke mal. Ja. Erstmal hole ich mir noch was zu essen aus einer dieser ganzen Kisten, weil ähm... Ach ne, Essen ist da hinten in der Ecke, ne? Ja. Auch mit. Ja, in der Ecke. Ja, ich mein, das System, was ich mir ausgedacht hab, wird ja anscheinend nicht akzeptiert. Absolut. Wird eher als hier irgendwo reingeschmissen. Das System lassen wir die Sachen da hinten reinpacken. So... Ja, das ist so weit weg. Das ist weit ab vom Schuss überall. Ja, es ist aber genau da, wo der ganze andere Kram auch ist. Eigentlich. So, der Salat wächst unglaublich langsam. Aber er wächst, wenigstens kontinuierlich. Hier haben sich zwei Stacks etwa. Zubekommen neu. Da können wir ja eigentlich auch diesen, ähm... Veränderleiter da benutzen. Werde ich dann gleich mal. Von Open Blocks. Oder... Naja. Naja. Ist ja nicht... Hat's irgendwer den ganzen Aimer mitgehen lassen? Äh, ich hab zwei. Ja. Wir haben auch, wir haben auch noch welche, also sowas nicht. Willst du da? Ja, eine reicht. Danke. Ist ja nicht so, als hätten wir 64 Stacks. Iron oder so. Ja, man muss sparen. Denn den Kram brauchen wir noch. Tun wir das also. Und abgesehen davon kann man das durchaus erweitern. Weil, wir werden später, glaube ich, ganz, ganz viel Eisen brauchen noch. Da bin ich grad dabei. Ah, ich vermisse diese Steuerungssprinten. Ah, ja. Hm. Wie vermisst du das? Ich glaube, ich craft mal so'n Stack Pistons. Also, ich hab Steuerungssprinten. Echt? Hast du? Ja, ich hab nämlich Sonic the Hedgehog auf meinem Ring drauf. Das macht nichts auf Steuerungssprinten. Okay. Weil Steuerungssprinten hat man in der neuen Version auch. Steuerungssprinten hat man übrigens auch in, ähm, Stankton. Ja, da auch. Da hättest du das jetzt her. Na, irgendwie sind wir auch so'neine Minecraft-Version, die ich in der Zeit auch mal ein bisschen was gespielt hab. So, jetzt haben wir schon 401 von 50.000 Salat. Okay. Was braucht man eigentlich sonst noch so für dieses vor der Hording? Äh, vor der Hording? Was? Wo? Ich weiß nicht, vor der Hording, wo die Quests dran waren. Das war Hell's Kitchen. Für Hell's Kitchen machen wir 50.000 Salat. Okay. Hm. Vor der Hording braucht... Ach, ich hab unclaimed Reward hier, Automated Mining. Den hab ich noch nicht geclaimed. Der ist grad hier. Ach, weil wir den Laser... Genau. Haha. Das ist gut. Laserfokal. Ich nehm das rechte. Das rechte. Das ist was? Das ist ein epic. Gutes. Alex, hast du auch schon was genommen? Nee, was soll ich nehmen? Das rechte ist epic auf jeden Fall. Das rechte ist episch, okay. Nehmen wir einfach mal das rechte, weil ich glaub, äh, bis da zum nächsten Level so weit sind wir noch nicht. Und man kriegt ganz viele Laserfokusses. Okay. Okay, ja. Wo war das drin vor der Hording, oder wie? Ja. Und noch ein Division Sigil und Blackout Curtain's Uncrustable. Nice Reward! Ja, ich hab jetzt Linke genommen und hab Epic. Schön für mich. Schön für mich. Ich hab jetzt nochmal ganz viele, ähm, Essentia-Files. Soll ich denn die ganzen Focai hinkriegen? Äh, ich... Du könntest zum Beispiel mal kurz kurz nachsehen, welcher Fokus was macht. Okay, also tu ich in die Blockchests hier rein. Und die roten oder die braunen besser sind. Ne, in die Blockchests wär ungünstig. Ich pack's in das Werkzeug rein. Das ist ja essentiell auch. Ja, dann, dann weiß man, ah, okay, dann muss ich noch was machen. Ich bin ja bloß kurz Barriers Upgrade. Potion Flask, yay. Flight? 18 Minuten Flight. Jo. Einfach mal sieben Files auf Essentia. Wie? Was? Nichts. Es ist alles in bestester Ordnung. Bestestest. Bestestens, ja. Ich war nochmal ein Stackkartoffeln mir rausgeklaut, weil ich... ...nicht mal zum Wurtern hab. Wir sollten vielleicht wirklich langsamer mit den, äh... ...pams Nahrungsmitteln arbeiten. Aber die sind immer so irgendwie kompliziert zu machen. Ja, aber die geben wahrscheinlich ein bisschen was mehr. Ja, das ist schon der Fall, aber die sind wirklich immer kompliziert zu machen. Kannst du gerne machen, wenn du willst. Das werde ich dir erlauben, bis zum Geb nicht mehr. Auf dass du das jetzt gefälligst erlaubt ist. Ja, ja. Ja. So, dann mach ich mal kurz weitere Aspekte hier. So, ein Meister auf dem Ritualstein. Haben wir irgendwann etwas größere, vielleicht die wir nicht brauchen? Keine Ahnung. Au. Ach, also schließe ich das hinten bei mir an, hab ich alles direkt zusammen. Cobblestone, Cobblestone brauch ich noch. Ach. Und wir haben jetzt 67 Herzen. Nett, oder? Mhm. Mhm. Und ich hab Hunger. Kein Bock, zurückzurennen. So, das Ritual war mal nicht recht klein, also kann ich das Problem auch hier ansetzen. So. So, schön konzentrisch, damit sie schön aussieht. Weil wir uns dem Look hier auch so Sorgen machen müssen. Mhm. Was? Looky? Und den Look, ja. Das Aussehen. Den Stil. Ach so. 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 Wir müssen kurz kontrollieren, ob das Ding auch wirklich so groß ist. Mal schauen. Ja, ich hab's gleich. Keine Sorge. Sorgen mach ich mir hier nicht. Mhm. Detection Containment Binding. Äh, das ist viel groß. Also doch nicht ganz konzentrisch. Dann halt nicht. Oder ich mach's einfach da hinten hin. Ich hab irgendeinen Kleinkram, wer ich da schon noch hinpacken können. Früher oder später. Gut möglich. Und es regnet und es gleichzeitig so leise. Es ist so schön. Ja. Oh, ja. Ja. Ist mit den Barrels eigentlich langsam mal fertig? Mhm. Gerade fertig geworden. Ich upgrade sie gerade. Ja. Jetzt Rodriguez. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 die erhöhen die Chance das gleiche Ohr der Farbe zu kriegen also zum Beispiel rot wäre jetzt Redstone und braun wäre Iron wenn wir da jetzt 6 Laserfokus Red rein tun dann kriegen wir mit hoher Wahrscheinlichkeit Redstone raus ok und die Neverrze wäre da nicht mit reingezählt oder wie? das weiß ich nicht es gibt für Neta Quarz zum Beispiel noch mal ein extra Ding ja ne lassen wir es erst mal draußen so ich hoffe mal dass das Ding auch so funktioniert und ich den Graben nicht manuell färben muss das wäre nämlich blöd so Ritual of Binding ja es funktioniert das läuft ist schön und steht das sieht so toll aus und jetzt brauche ich ein Diamantschwert nicht auch so schwer im momentanen Bereich und was denn wie? ein Diamantschwert hinzukriegen ah es ist dann immer so ein recht weiter wie ich, ne? voll und Sack jetzt dacht du selber dass der Weg weit ist und der Weg von mir zum allgemeinen der Weg wäre auch weit wenn wir noch im Haus den ganzen Kram hätten dann kann ich ja nächsten Nachts wieder Monster abschlachten gehen weil es so fanden ist apropos so jetzt habe ich jeden Aspekt jetzt kann ich immer hier rumlaufen und mir noch ein paar Punkte sammeln und was stimmt denn ich werde nicht alle Herzen angezeigt wie ich eigentlich hätte das ist bei mir aber auch häufig so weißt du ja naja aber bei dir werden ja gar keine angezeigt glaube ich oder? doch momentan wieder ok das ist seltsam so jetzt brauche ich doch immer diesen stimmt Aktivierungsstein brauche ich noch äh Weg Aktivation Crystal kommt aus dem Lava Crystal ah Flux Electrum Inget ok Dauert also doch noch ein bisschen was länger haben wir hier keine Endertests drin nö was? ach hier hinten das sieht typisch aus was wird das hier hinten? Ritualsteine und der ganze Kram hier? ich habe mir das nämlich nie angeschaut das ist das Binderritual ah was bindet das? äh das bindet Dämonen in Gegenständen wie zum Beispiel Schwerter ok das klingt schmerzhaft so für die Dämonen ich meine du kannst auch verbundene Schaufeln und so weiter haben klingt trotzdem schmerzhaft für die Dämonen ah die Armen hast du kein Mitleid nein eben die kommen schließlich freiwillig gut also Lebenspunkt habe ich genug äh Flux Electrum äh Flux Electrum genau zwei Stück brauche ich davon Pyrolyphium Flux Electrum Blend die man bekommt wenn man Elektrum mit 200ml Buckets Redstone übergießt das heißt das heißt uah vier Redstone haben wir wenigstens noch Elektrum da? ich glaube nicht das ist blöd ach achso ne da brauchen wir ja eine Blaze Road ne stimmt deswegen wollte ich ne da für oder haben wir Leder da in großen Mengen? in großen Mengen auf jeden Fall nicht ja ok ja dann geh ich jetzt mal dann in den Meter erfahr'n werde ich haben gut und brauchen diese Flux Electrum eigentlich noch weil das scheint irgendwie recht häufig zu sein fürs nächste Upgrade Flux 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 Wrench Werkzeug Kram erstmal für die weiter ruhen braucht man es auch mach ich gleich noch ein bisschen was mehr glaube ich ah reicht hm ich glaub da nehm ich ne Strongbox mit nach unten mit da wieso? weil Strongbox kann nicht zerstört werden achso echt? hm ach gut kann man dann vielleicht ein paar Sachen mit rein tun ja ja was brauchen wir Salfour für haben wir nicht äh Salfour irgendwo hier drun gehabt? also Daimler und so weiter achja 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 umrennen und Leute researchen Hast du das nicht schon? Ja, Leute, jetzt schon, aber den Rest nicht hier, der außen rumliegt. Pass mal kurz auf, ich will hier nicht craften. Weißt du eigentlich inzwischen, weil ich bin, oder bin ich immer noch zu komplex? Ja, mittlerweile. Komm mal her. Guck mal her. Ah. Was denn? Mensch, Schleim, Waffe und Falle. Okay. Von dir halte ich mich fern. Du bist selber Schleim. Und Metall. Hatten wir nicht ganz viel Harden, Clair? Wahrscheinlich immer noch im Smelter hier. Ansonsten in der Kiste drüben noch im Haus. Okay. Ja, danke. Ja, ich glaube, ich schmeiße mal den Laser an. Unhoff, dass wir, äh... Neterschwefe rausbekommen. Weil man natürlich Pyrofium braucht. Der andere Kram ist einfach nicht stark genug. Seit wann sprichst du das Pyrofium aus? Weil es ausgesprochen wird, meine ich. Achso, bin ich der Einzige, der ja Pyrotheum sagt? Ja. Pyrotheum, ja. Klingt doch richtig. Klingt aber besser, finde ich auch. Der ist ja billig eigentlich. Wollten wir nicht eigentlich auch mal einen Resonant Energy Slam machen? Wollten wir das denn? Wie kommst du denn da drauf? Weiß ich nicht. Dachte ich mich dazu erinnern. Hm. Tun dann ja, no. Das war's für heute.